Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf diesem Kanal. In diesem Video gibt es bis jetzt eine Review und auch alle Infos zum Pokémon Meister Detektiv Pikachu Event. Fangen wir also direkt an. Dieses Event fing am 7. Mai an, also schon letzte Woche und endet am 17. Mai, also noch ungefähr 6 Tage oder gesagt eine Woche. Bei diesem Event gibt es zweimal Fang-EP, dazu gibt es noch Feldforschungen und Raids, die mit dem Film zu tun haben und auch vermehrte Spawns von Pokémon, die im Film häufiger auftauchen werden, wie zum Beispiel Bessazam, Antorn, Snowbull, Griffel oder Pummelow, aber zu diesen Pokémon komme ich noch. Dazu gibt es jetzt auch noch Shiny Griffel und Shiny Ambi-Diffel und zwar sehr häufig in der Wildnis. Und man kann von einem Pikachu mit einem Detektivhut gefotobombt werden. Jetzt komme ich zu den Shinies. Den Shiny Griffel wurde neu eingeführt, aber bei diesem Event gibt es sehr viele andere Pokémon, dessen Shinies schon lange existieren. Wie zum Beispiel Antorn, Tragosso, Snowbull und die drei Kanto-Starter, denn die gibt es auch sehr häufig in der Wildnis. Also würde ich euch raten, auf diesen Pokémon einfach, also diese Pokémon anzutippen und gucken, ob es ein Shiny ist oder nicht. Denn ich glaube, keiner will ein Shiny verpassen. Dazu gibt es neue Avatar-Items und zwar so ein Detektiv-Pikachu-Hut mit Pikachu-On und ein T-Shirt mit dem Pokémon-Meister-Detektiv-Pikachu-Logo drauf und Pikachu selber. Dazu gibt es auch vier neue Quests und die wären Fange das Wasser-Pokémon, das in einem Ruckstrak getragen wird. Damit meinen sie Antorn und für diese Quest kriegt man Karpador. Die nächste Quest wäre Fange das Samen-Pokémon, das in einem Fluss spazieren geht. Also Bisasam und dafür kriegt man ein Gekabor. Die nächste Quest ist Fange 10 Pummelow, Griffel oder Snowball. Dafür bekommt man ein Pokémon, das sich dann zu Ditto verwandelt. Und die letzte Quest Fange die Feuer-Typ-Entwicklung von Evoli. Und dafür kriegt man eine Akane mit ungefähr 1200 bis 1300 WP, was ja relativ gut ist. Und jetzt komme ich zu den Pokémon, die häufiger in der Wildnis auftauchen. Diese wären Griffel, Pantymos, die drei Kantor-Starter, Pummelow, Snowball, Enton, Tragosso, Clamara und Krakelo. Und auch drei sehr seltene Pokémon, und zwar Glurak, Relaxo und Kapaloris. Die wurden auch häufiger in der Wildnis gesichtet. Und jetzt komme ich zu den Raids bei diesem Event. Es gibt Enton, Tragosso, Snubbull, Scheinux und Luturzel in den Ein-Sterne-Raids. In den Zwei-Sterne-Raids gibt es Flunkiefer, Oktillerie, Griffel, Schlurb und Alola Kokowai. In den Drei-Sterne-Raids gibt es Alola Raichu, Akani, Machomai, Gengar und Flamara. In den Vier-Sterne-Raids gibt es Glurak, Alola Kokowai, Relaxo und Despo-Tar. Und in den Fünf-Sterne-Raids gibt es eins der drei Pokémon am Seen-Trio, also in Europa, Vesperit und als X-Raid immer noch Dioxys in der Verteidigungsform. Das war's. Alle Infos zum Dedictiv-Pikachi-Event. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Und wenn euch das Content auf diesem Kanal gefällt, lasst bitte ein Abo da. Müsst nicht nur in die Wolze. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung im Auftrag des ZDF.